Hey ihr Lieben! Ich bin's wieder, die Jennifer. Wir sind heute beim Videodrehen zu meiner zweiten Single. Halbsehig! Wie findest du die Sets? Naja, im Moment haben wir ja nur ein Blatt Papier, was oben runterkommt und eine Hohlkehle macht. Und das ist ja schon klasse, oder? Sieht das Wahnsinn aus. Das haben sie extra für uns gebaut. Heftig! Wow! Nee, aber ansonsten haben wir ja hier schon angedeutet, ein paar schwebende Steine. Und eine Leiter. Und eine Leiter, die gehören nicht dazu. Das finde ich schon schön. Und auch wenn man da hinten schon guckt, das ist zwar auch noch im Aufbau, da ist dann so erst ein Drittel der Pflanzen da und das sieht auch schon mega gut aus. Ich freu mich sehr. Und ich glaube, das ist der easiest Videodreh für mich, den ich hier gemacht habe, weil ansonsten muss ich immer krass performen und richtig am Start sein. Und heute ist es so, ich sitze erst, dann liege ich und dann sitze ich wieder. Aber es wird ganz gut, glaube ich. Chilaui, Chilambiri, Chilambaui. Nee, habe ich sogar nicht zu Hause gemacht, hat dir das nicht an die Mädels weitergeleitet. Ah, gut, hör auf. Nein! Echt? Nein! Ach so, okay. Wir machen jetzt noch eine Übungsstunde, oder nicht? Nein! Nein! Ich habe das... Nein! Nein! Weil das ja zu wenig ist, dass die Mädels, die schaffen das schon. Ja, ich dachte... Ja, aber... Das Problem ist immer mit dem Augen zu und Augen auf und wann sie reden und wann nicht. Ich dachte... Wir haben auf jeden Fall genug Zeit jetzt. Na gut. Das bringt hier jetzt auf jeden Fall hin. Na gut. Das ist nicht so, die Leute aus.